hallo und herzlich willkommen liebe youtube freunde zu einer runde call of duty advance warfare abschuss bestätigt ich habe die ak 12 vom start punkte serie darüber brauchen eigentlich gar nicht reden da ich das eh nicht hinbekomme und da startet es auch schon jawohl jetzt geht es gleich los abschluss bestätigt auf der map solar mit der ak12 ak12 schauen wir mal was wir reisen die ak12 soll laut den kommentaren relativ gut sein ich habe auch schon einiges hinbekommen damit aber wie gesagt mehr schlecht als recht und der spiel spaß ist als allererstes im vordergrund ak12 vom start die profi-version davon bloß der wo sie bedienen ist halt nicht so der oberpro das ist halt schon der fehler irgendwo aber naja schauen wir mal und ich gehe auch ab und zu zu aggressiv vor das muss ich auch sagen scheiße ja okay das war klar wie gesagt ich gehe aber zu zu aggressiv vor und dann komme ich gnadenlos in das schussfeld rein und ich habe einmal am start das ist echt zum kotzen das wäre eigentlich geil gewesen guck mal ob er da noch steckt sieht nicht so aus jawohl das war jetzt dumme klick und schnell weg da hat zwar ein schall drauf aber scheißegal das ist immer wichtig da wo einer ist ist der andere auch nicht weit mal gucken davor also da vorne sind ganz viele das ist schon mal scheiße machen wir uns mal unsichtbar ob das was bringt da ist keiner in der nähe wahrscheinlich alle vorne ums eck rum gehen wahrscheinlich alle links entlang jetzt mal stark an ausschlecken da gehe ich mal hier rein guck mal was da in der mitte von der map so geht ich sage voll den einmal am start das ist echt zum kotzen abschlecken da ist mir das ist mir zu viel los ich hau ab oben entlang äh scheiß auto oh man zwischen dem zwischen die füße geschossen ist echt schlimm ausgeschaltet 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 Schöes Geschütz, das braucht doch keine Sau. Du Dieb, du Dieb, du dreckiger Dieb. Und egal. Du dreckiger Dieb. Du dreckiger. Da vorne ist einer. Mal aufpassen. Ah, fuck. Okay, der ist down. Jawohl, den hat der eine Lady gerade. Super, 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 super. Die Marke klauen. Gut, ich habe mich ja daran beteiligt, muss man ganz ehrlich sagen. Hä, hä, hä? So. Schauen wir mal, ob das was bringt. Jawohl. Aber gar nichts braucht. Aber das hat was gebracht. Wo sind sie? Ah, das war jetzt gerade noch so. 150 Punkte zum Goliath. Scheiße. Hoffentlich kriege ich es noch hin, dann kriege ich den Goliath. Das wäre geil. Ja, für euch ist es nix, aber für mich ist es schon was. Ah, fuck. Ah, fuck. Komm. 50 Punkte zum Goliath. 50 Punkte zum Goliath. Oh, fuck. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Bosen voll. Ah, shit. Jawohl, Goliath. Oh, fuck. Schnell weg. Abschuss bestätigt. Abschuss verwehrt. Jawohl, jawohl. Ah, leck mich am Arsch. Ja, Ben Goliath, den hol ich mir jetzt. Ihr Ficker. Warte, 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 wo holen wir den? Den holen wir da hinten. Oh, ja, 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 ja. Kann man nicht hier holen. Da ist einer gestorben. Abschuss bestätigt. Feindliche Drohne über uns. So. Goliath. Hol ich mir jetzt. Ha. Ja, jawohl. So, jetzt gibt es Fressevoll. Ja, haha. Schauen wir mal. Das quält mir. Das quält mir. Am Anfang habe ich ja gesagt, die Punkte-Serie ist scheißegal, aber irgendwie hat es jetzt doch funktioniert. Halten zur Selbstzerstörung. Das mache ich natürlich nicht. Ah, shit. Kommt aber irgendwie gar keiner noch. Die hauen alle ab. Und Goliath, die wissen genau warum. Wie stopp ich gerade? Bisschen. Hä? Wo? Ah, Schweinebacken. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Es läuft. Jawohl. Ah, fuck. Da war keiner. Da hinten. Jawohl. Es läuft, es läuft, es läuft. Das quält mir, es gefällt mir. Das quält mir. Das quält mir. Das quält mir. Das quält mir. Pro Abschuss, das ist ein bisschen scheiße. Plus 25. Jawohl. Kämpftrohne bereit. Jawohl. Verwischt. Ja, jetzt sind sie aber scharf auf mich. Man merkt's. Happen, 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 Happen. Happen, Happen, alles im Griff, alles im Griff. So. Vorne sind alle. Hinter mir sind welche. Können sie nur noch von vorne kommen. Wo? 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 Von hinten. Jetzt sind sie alle hinter mir wieder. Heimler, zack. Verbündete Bombardierung im Anflug. Bombardierung. Oh, der Verwischt mich gleich und da bin ich im Arsch. Jawohl. Hab's doch gesagt. Ah, nicht Verwischt. Aber gut. Jawohl, Verwischt. Oh, du Sack. Ja, okay, das war's. Ist scheißegal, geil. Weiter geht's. Geile Sache. Gefällt mir. Ah, und schon aus. Aber es war jetzt geil. Das war richtig geil. Gefällt mir. Jawohl, super Kill. Ah, doch ein Goal hat erreicht. Voll geil. 16 zu 4. Wow. Oh, fett. Gut, mit dem Goal hat, aber scheißegal. War geil. Gefällt mir. Geiles Gameplay. So. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kingline83. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei mir. Bis später. Ciao, ciao. Arnold himself the wolf. Ciao, ciao. нал нал. Vfriends. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017